Das Besondere für mich an dem Programm war die Diversität, jetzt nicht nur was das Programm selber betroffen hat, also den Inhalt, sondern auch den Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen. Und das war auch etwas, was mich besonders gefreut hat, dass quasi aus dieser Mentoren-Mentee-Rolle eine gewisse Freundschaft entstanden ist, die sich auch weiterführen lässt.